Hey Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zurück zu Ironboon, der World of Warcraft Iron Man Challenge hier auf meinem YouTube-Kanal. Regeln und Rangliste wie immer unten in der Videobeschreibung. Wir sind angekommen in den verwüsteten Landen und haben schon fleißig losgequestet, haben ja vorne schon die angreifenden Orks besiegt und haben jetzt noch eine Quest offen, weil im Hafen anscheinend irgendwelche Schiffe angekommen sind und wir müssen mal schauen, wer das ist und was da abgeht. Außerdem sind wir Stufe 58 mit 59% zum nächsten Level. Also es ist nicht mehr weit bis Level 59. Oh, da fliegen Viecher in der Luft. Müssen wir da aufpassen? Kommen die runter, die Viecher? Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt geht es ab in die Wildnis hier. So, was sind das da für Schiffe? Oh, das sind kaputte Schiffe vor allem. So, wie die da rumliegen. Okay. Ertrunkener gilnearischer Händler. Der ist jetzt nicht mehr gilnearisch, der ist jetzt wohl tot. Havarieküste. Oh, boy. Oh, boy. Das waren Siedler und so aus Gilnear, so ein Händler. Die wollten die anlegen, ja. Und dann sind sie verreckt. Mit irgendeinem Grund. Muss ich mich jetzt hier schon durchschnüseln? Okay. Oh, fuck my life. Lauf! Zillen und lauf! Wir haben es abgeschlossen, das reicht. Wir wissen, was passiert ist. Hier sind gilnearische Leute angekommen. Und sind sie dead. Müssen wir berichten. Dann kriegen wir 1000 Quests für den Strand bestimmt. Töte die, sammle die Flaschenpost. Hol die Vorratskisten der Schiffe. Gib ihren Familien Bescheid in Nagrand. Oh, 9000 kriege ich dafür. Geiler Shit, Alter. Wir müssen auf 66. Gefallene Freunde. Töte 13 ertrunkene Gilnearer. Ja, das machen wir fast klar. Ein paar Schwanzfedern ausreißen. Benutzt eine explosive Pfeile um 20 Schwanzfederknochenpflücker. Schwanzfederknochenpflücker. Das ist wieder so ein deutsches Wort. Holy Shit, Mann. Okay. Das probieren wir mal aus. Aber wir müssen nichts sammeln. Wir müssen nur töten. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Oh, Shit, nein! Oh, Abortmission. 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 Im letzten Video haben wir uns gefragt, ob diese Speer immer noch irgendwo rumsitzen. Jetzt haben wir unsere Antwort, Leute. Oh, Boy. Wir gehen nicht abseits des Weges. Wir bleiben schön auf dem Weg hier. Okay, here we go. Schauen wir mal auf. Wir schießen jetzt mal so einen Vogel runter. Oh, das ist halt blöd, weil der mich dann direkt angreift. Das ist richtig blöd. Das ist dann schwer, die auf Distanz zu halten. Wenn ich nicht den anfänglichen Pull habe, sondern wenn sie direkt auf mich stürzen. Oh. Bitte. Nein. Was? Eins von 20? Oh. Oh, wieso denn 20? Wie soll ich denn das machen? Alter, das wird eine ganze Epi dauern, nur diese Viecher zu besiegen. Dann lass uns erstmal die Gilneara töten hier. Ich glaube, das ist einfacher. Was haben die für ein Dings? Chance bei Angriff Frostschaden zu verursachen, Bewegungsgeschwindigkeit verringern? Oh, das will ich nicht. Eww. Not cool, Bro. Not cool. Ich bin hier der Frostschaden. Du bist nicht der Frostschaden. Ich bin hier. Ey, du bist hier nicht immun, oder so eine Scheiße gegen Frost. Oh, da steigt er in den Himmel auf. War das nicht eine Frau? Und da ist ein Mann in den Himmel aufgestiegen? Das ist echt wie komisch, oder? Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? Ansonsten habe ich mir das immer anders vorgestellt. Glaubst du, funktioniert das nicht, Blizzard? Ich habe ein enges Haar im Auge. Okay. So kann ich schön pullen. Kann ich schon mal 20% Damage machen, bevor er sich überhaupt auf den Weg macht. Das ist alles kein Thema. Aber dieser Scheißvogel, der Kackvogel, wenn der sich direkt von oben auf mich runterstürzt, dann gute Nacht um sechs. Er wispert mich jetzt noch an. Ich kann jetzt nicht angewispert werden. Das wäre so geil, wenn der Frostblitz von meinem Wasserele, oder der Wasserblitz, wenn der auch den Slown würde. Dass wir ihn ständig aufs Low hätten. Aber sonst sind die jetzt gerade ganz easy zu killen. Das sind ja eigentlich nur die Vögel ganz Problem. Oh! What the fuck? Sackt er, als der Wagen ihn anspringt. Oh, jetzt bacht er sich noch. Es reicht mal, Luke. Und Leute, Aufmerksamkeit. Guck mal hier. Soll ich es euch zeigen? Rendo und Ben. Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt Klappe halten. Dann gehen wir mal da rüber. Und greifen mal von der Posi aus an. Boah. Oh! Boah! Die Procks! Junge! Nice Procks, dude! Vielleicht kann ich diese Vögel, die sind zu hoch oben, ne? Sonst könnte ich die vielleicht einfach mit meinem Frostbowl drunter pullen. Habe ich mir gerade überlegt. Aber wahrscheinlich funktioniert das nicht, ne? Sag mal, ja, du bist zu weit. Ist gar keiner über mir. Ich weiß nicht, vor den Vögeln habe ich echt ein bisschen, ich will nicht sagen Panik, aber es ist halt einfach ätzend. Ihr habt ja gesehen, wie lange einer dauert. Es war wieder eine Frau und ein Mann geht hoch. Oder? Ja, da, zwei Bubis. Ich sehe es genau. Die ändern ihr Geschlecht, wenn sie in den Himmel aufsteigen. Sie waren ihr Leben lang gefangen in einem falschen Körper. Ich habe daneben genovat. Wann ist mir denn das zum letzten Mal passiert? Ah, das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Mal ganz im Ernst. Ich habe schon ewig nicht mehr daneben genovat. Ich bin gerade richtig erschrocken, dass ich überhaupt noch daneben genovaten kann. Zack, Ban. Wette. Oh Leute, 70%. Level 59 ist so nah. Und dann ist Level 60 auch nicht mehr weit. Boah, ich bin so hyped, ey. Die sind immer zu zweit rum hier, die Nerven sägen. Kann man nicht machen. Ihr seid gestorben. Trennt euch mal von eurem Liebsten. Komm mal klar auf euer Tod. Blicksch. Komm mal klar auf euer Leben. Komm mal klar auf euer Tod. Blicksch. Was ich auch nicht mehr benutze, fällt mir gerade ein. Das ist meine Frostkugel. Warum eigentlich nicht? Ich habe mich so drauf gefreut. Das benutzen wir sie nicht. Ich kann mal stehen jetzt. Okay. Was ist hier? Kriege ich den da raus? Oh, shit. Da haben wir jetzt noch nicht so viel Damage angenommen gemacht. Boah. Boah, der hat mich geslowed, der Wichser. Der hat mich geslowed. So ein Sack. Komm mal, Asaela. Mach mal was. Wofür bezahle ich dich eigentlich? Bum, 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 bum. Was geht da hinten für eine Blitzparty? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Was ist hier für eine Blitzparty, Bro? Zauberklinge. Hat er gegen irgendjemand gekämpft? Ne. Bip, bip. Dieser scheiß Bäcker. Immer montags um kurz vor zwölf. Ah, guck, die machen das. Die Okkultisten. Immer montags um zwölf kommt der fucking Bäcker und hupt und fährt hier. Miep, miep, miep. Ich verkaufe Brätscheln. Miep, miep, miep. Miep, miep, miep. Hab noch nie was gekauft. Geh doch nicht raus, Alter. Ha! Mit anderen Leuten sprechen? Vergiss es. Gileaner töten. Yes. Mit dem Bäcker sprechen? No. 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 Das sind ganz schön schnell, obwohl sie gefreezt sind. Warum trifft denn das nicht, ey? Okay. You're dead. 9 von 13. Und da noch die 20 Vögel. Beseinigweise 19. Oh mein Gott, ey. Hier ist noch alles tot von mir. Dann müssen wir wohl mal ein bisschen uns hier entlang pürschen. Shit. Hab ich gepullt? Ne, noch nicht. Oh boy. Okay, wir brauchen einen Cooldown. Der Agro hat jetzt bestimmt... Agro hat mein Wasser elert ihn nicht. Anscheinend nicht. Oh, der ist in Rang. Ich bin ganz schön erschrocken jetzt wegen dir, du. Alte Siedlerin, du. Boah, jetzt spawnt er drüben, der Nächste, ey. Ich glaube, ich werde verrückt. Kann man die... Ne, das ist ein Untot. Die kann ich nicht mal schieben. Wenn es hart auf hart kommt. Ich bin hilflos ausgeliefert. Noch zwei. Oh boy. Oh boy. Wie er straight auf mich zugelaufen kommt. Straight. Aber eine Agro-Range haben sie keine große. Das muss man hinlernen. Ja. Hinter uns ist frei. Dann nehmen wir den noch mit hier vorne. Dann haben wir zumindest mal die Nerds. Okay. So weit, so weit, so gut. Was wir jetzt machen, ist folgendes. Das reicht natürlich jetzt nicht in der EP, wenn ich jetzt hier noch diese Vögel anfange zu töten. Wir könnten mal noch einen pullen und noch einen irgendwie erledigen, oder? Ach, da schau her. Ach, da schau her. Die haben eine Chance zu sterben, oder was? Ach. Was war denn dann vorher los? War der vorher zu nah an mir und ich habe Agro gezogen, oder was? Oh ne, der kommt jetzt auch. Oh ne, der kommt jetzt auch. Aber kann ich es nochmal probieren? Okay. Aha. Okay. Hat sich erledigt, Leute. Und dann kann ich das mal ganz kurz. Einfach hier. Das geht daneben. Das trifft nicht immer. Oh shit, jetzt geht es nicht mehr. Das Ziel ist zu nah. Hör mal auf. Dagegen kann ich was tun. Ja, sag mal! Ha! Oh, warum hat er doppelt gezählt? Ja, geil! Ha! Das war einfach die ganze Sache natürlich. Nochmal. Ha! 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 Okay, der ist zu weit weg. Das erklärt auch die hohe Zahl, ne? Die 20. Das wäre ja sonst enorm. Wenn du 20 Viecher vom Himmel pullen und töten musst. Kannst du ja vergessen. 9 von 20. Easy. Ach shit, jetzt ist er gerade aus der Range geflogen. Und du? Perfekt. Die 11. Hammer. Das machen wir noch fertig. Jetzt kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Dann kann ich da hoch. Nee. Nee. Nope. Shit. Ja, wir müssen Posi wechseln. Wir haben hier hinten abgegrast. Wir müssen wieder weiter vor. Aber das kriegen wir locker hin dann. Locker. 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 Guck mal hier. Piu. Ist er dead? Ja. Ist er. Next please. Wir schnüseln uns hier mal einfach so mitten rein hier. Hier läuft ja jetzt keiner Patrouille, oder? Ist hier irgendwo ein Vogel? Nee. Die sind alle. Oh, da läuft einer Patrouille. Oh, da läuft auch einer. Oh boy. Vor allem laufen sie alle Patrouille. Wenn der Muni Schmuni herkommt und ein paar Vögelchen töten will, was? Sehr geil. Daneben. Daneben. Nee. Treffer. Oh, der ist nah. Der muss treffen. Sehr gut. Okay. Sehr gut. 16 von 20. Come on. 17. Bist noch in Range. Ah, da ist er außer Range. Du bist noch in Range. Ah, herrlich. Da kommt in Range geflogen. Ah, noch einen. Du bist der außer Welle. Du bist der letzte Vogel. Ach, geil, Alter. Geil. Wir haben es, Leute. Wir haben es echt geschafft. Ha. Ich dachte schon, es wird so eine Hiobsbotschaft Aufgabe. Hiobsaufgabe? Nee. Syphilos. 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 Syphilosaufgabe? Nee. Tantalusqualen? Nee. Diese griechische Mythologie. Ich sag's euch. Die ist nix, du. Die ist nix. So. Dann. Zweimal abgeben. Bitte. 11.000 und 9.000. Und wieder was, was wir nicht anlegen dürfen. Meldet euch bei Behüter Mahabar im Magier-Turm. Was ist das da? Das ist der Magier-Turm. Da müssen wir rein. Aber das machen wir nächstes Mal. Neue Quests in der Burg? Nee. Das heißt, wir haben wieder nur die eine Folge-Quest. Oder zwei. Je nachdem, wie viel es da drin gibt. Aber wir sind auf 87%. Wir rücken unserem Ziel immer näher, Guys. Ich muss mich dann mal informieren. Ich weiß gar nicht, ob ich mich selber buffen darf mit meiner Arcanen-Intelligenz. Ich glaube nämlich nicht. Deshalb mache ich es auch noch nicht. Und ich muss auch mal schauen, wie es dann mit dem Fliegen ist. Level 60. Fliegen. Und so. Das muss ich nochmal in der Regel nachlesen. Aber das werde ich euch dann auch wissen lassen. Auf jeden Fall. Okay. Wenn euch das Video gefallen hat, bewertet es positiv. Schreibt Kommentare. Wir sehen uns wieder das nächste Mal. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao. Wir sehen uns wieder. Ciao.